So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Mittwoch, der 30. August 2023 und wir wollen uns natürlich einen Blick auf die Märkte gönnen. Wir können jetzt einen Blick werfen auf zum Beispiel Nasdaq, auf zum Beispiel S&P nach dem jüngsten Run höher. Wir haben es in den letzten Tagen ja häufiger hier zum Thema gemacht. Die Indizien verdichteten sich, dass wir irgendwie nach unten fertig zu sein scheinen. Und gestern dann ein ziemlich scharfer Push auf der Oberseite. Wir haben auch in diversen Einzeltiteln ziemliche Runs gesehen, sei es eine Nvidia, sei es auch ganz besonders eine Tesla beispielsweise. Wir haben auch in Bitcoin eine Bewegung gesehen. Die hatte allerdings weniger mit zunehmender Risikoappetit zu tun seitens der Marktteilnehmer, sondern ganz im Gegenteil. In Bezug dieser Bewegung ist nämlich in Bezug gelaufen auf ein Urteil, welches gefällt wurde, nachdem nämlich ein Kryptovermögensverwalter namens Grayscale einen kleinen Teilerfolg im Hinblick auf einen ETF gegenüber der SEC gewonnen hat. Und das könnte jetzt der Wegweiser sein für die weiteren Bitcoin-ETF-Entscheidungen seitens der SEC, nämlich in Bezug auf BlackRock, Fidelity oder beispielsweise auch ARK Invest. Und das könnte auch der Push höher sein. Es ist allerdings noch keine eine Schwalbe, die den Sommer hier macht an dieser Stelle. Da muss noch ein bisschen mehr passieren. Wir wollen dennoch natürlich heute kurz einen Blick darauf werfen. Bevor wir ganz offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Wiesn und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin gehandelt und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Im Sinne ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Sofern man diese Frage mit Ja für sich beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständige Risikoinweis auf xdb.com.de. Darüber hinausgehend nutzt auch gerne die Möglichkeit, den Kundensupporter, den deutschsprachigen, hier in deutschen Büros anzurufen, der euch entsprechend eben mit Rat und Tat bei der Kontoeröffnung, bei xdb.com als Broker und Fragen rund um diesen, der Produktpalette und so weiter natürlich zur Verfügung steht. Dann einmal in eigener Sache, bitte nichts, was ich jetzt hier in den folgenden Minuten präsentiere, als Anlageempfehlung missverstehen, sondern als rein informativ, als rein edukativ verstehen. Ihr könnt mir gerne über die Schulter schauen, könnt eure Fragen stellen im Anschluss an das Video, Kommentare unterhalb des Videos, aber bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Rein edukativ, rein informativ das Event. Hier sind einmal die Kontaktdetails von xdb, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, wie gesagt, für eine Kontaktaufnahme. Dann darüber hinausgehend, xdb kurz als Broker vorgestellt, bester CFD-Broker des Jahres 2023, gewählt von Brokerwahl, beziehungsweise von den Kunden innerhalb der Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, hier findet ihr einmal in der Mitte aufgelistet. Ein Grund, der sicherlich dazu beigetragen haben dürfte, ist die X-Station und genau in diese wollen wir jetzt einen Blick werfen und wollen einen Blick werfen auf diese Bitcoin-Action. Die Kerze ragt heraus, wir haben eine relativ dünne Action hier zu sehen bekommen, folgend auf den Abverkauf. Der resultierte aus dem Abstoßen der Bitcoin-Exposure von SpaceX, das ist das Raubfahrtunternehmen von Elon Musk. Da gab es einige Bitcoin in der Größenordnung von 370, 373 Millionen US-Dollar in der Bilanz. Die sind verkauft worden, was auch immer der Grund dafür war. Auf jeden Fall hat es hier einen ziemlichen Flasch nach sich gezogen auf der Unterseite. Und das Bild eingetrübt, nachdem wir es nicht geschafft hatten, deutlich über die 30.000-Dollar-Marke zu laufen. Wir verharrten dann erneut und meine Einschätzung diesbezüglich ist, wir warten auf News rund um einen Bitcoin-ETF. Und unser Fokus liegt hier eben auf BlackRock, liegt hier auf Fidelity, liegt hier auf ARK Invest. Da hat es jetzt jüngst wieder eine Verzögerung gegeben, denn hieß es, nun ja, mal gucken, wir brauchen jetzt hier noch weitere Informationen seitens ARK. Und in diesem Zusammenhang, nächste Entscheidung soll erst in 45 Tagen stattfinden. Das war jetzt erst jüngst, das heißt also Ende September vielleicht eine richtungsweisende Entscheidung. Eine ähnliche Argumentation wurde, glaube ich, Anfang August war es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht war es auch im Juli schon bereits im Hinblick auf BlackRock auf den Weg gebracht seitens der SEC. Tja, und dann gestern, gestern aus dem Nichts möchte man fast sagen, gegen 16 Uhr, 16.15 Uhr war es ungefähr, sehen wir hier eine relativ stark bullische Entwicklung, die erwartbar war, sollte es ein Pro-Bitcoin-ETF-Statement geben, eine News diesbezüglich. Und wir sahen hier eine kleine Kursexplosion von ungefähr 26.000 Dollar, eine Spitze gelaufen, 3.000 Dollar mehr als 10% sind es Pi mal Daumen, die Bitcoin zugelegt hat. Das sieht jetzt wieder so einen leichten Pull-In und wie gesagt, der Grund, der dafür verantwortlich ist, den habe ich hier als einmal über BTC Echo, habe ich den einmal reingeholt. Bitcoin hebt Upgrayscale erreicht, Etappensieg gegen die US-Wertpapieraufsicht. Das sieht jetzt erstmal, naja, eigentlich sagt es die Headline schon, Etappensieg. Also wir sehen eine bullische Reaktion, weil es irgendwie die Wahrscheinlichkeit erhöht, aber eigentlich ist nicht wirklich viel passiert, möchte man fast sagen. Aber man sieht, wie sensibel aktuell der Bitcoin-Kurs reagiert und weswegen wir das auch hier zum Thema machen, für mögliche Plays in der näheren Zukunft. Also, und zwar, Kryptovermögensverwalter Grayscale hat gegen die US-Wertpapieraufsicht SEC einen Etappensieg erreicht. Der Antrag auf Zulassung eines Bitcoin-ETFs wurde zu Unrecht abgelehnt. Also auch Grayscale hatte einen Antrag gestellt gehabt und dieses Berufungsgericht in den USA hat jetzt entschieden, das ist unrechtmäßig gewesen. Aber, das heißt nicht, dass es jetzt einen Bitcoin-ETF gibt, das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Und zwar ist es hier, das Gericht erklärte, dass die Anordnung der SEC aufgehoben werden sollte. Dies bedeutet, dass die SEC den Antrag von Grayscale für einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds, also ETF, noch einmal überdenken und neu bewerten muss. Das heißt aber nicht, dass die SEC jetzt ihr grünes Licht erteilt. Aber, dann wiederum möchte man sagen, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich zunehmend, dass es zeitnah, also der Druck auf die SEC nimmt zu, dass es zunehmend wahrscheinlicher wird, dass ein solcher Bitcoin-ETF hier auf den Weg gebracht wird. Das bedeutet also, etwas anders formuliert, selbst wenn Grayscale kein Go kriegt, warum auch immer, wie man es dann seitens der SEC erklären wird, ist dennoch die zunehmende Wahrscheinlichkeit erkennbar, dass die SEC in Erklärungsnöte gerät, beziehungsweise zunehmend Gerichte, hier Urteile pro der Kryptobranche und kontra der Einwände seitens der SEC eben zu sprechen. Beispielsweise hatten wir das erst jüngst im Hinblick jetzt auf Ripple, beziehungsweise XRP, zum Beispiel im Hinblick auf die Einschätzung, dass es sich nicht um ein Wertpapier handelt. Das war zum Beispiel eine News, die auch kurzzeitig ja einiges an Bullishness in Bitcoin, auch wenn Bitcoin davon jetzt weniger betroffen ist und dann eher eigentlich eine Coinbase, ganz besonders als Börse, aber auch Coinbase gestern die Aktie richtig steil gegangen. Auch hier gab es dann einen kurzen Bullish-Spike, hier gab es die Ankündigung seitens BlackRock, ein ETF aufzulegen. Also wir sehen zunehmend in dieser Hinsicht werden die Fühler ausgestreckt, es werden zunehmend positive Signale gesendet. Die SEC hat zunehmend jetzt, wird diesem Druck eventuell nachgeben und selbst wenn man Grayscale nicht einem Bitcoin-ETF zugesteht, weil man zum Beispiel irgendwie argumentiert, Marktmanipulation, wie auch immer, man hat dann eben Giganten in diesem Bereich, wie zum Beispiel BlackRock oder Fidelity, die diesbezüglich ein Go erhalten könnten, wovon dann übrigens auch im Hinblick auf BlackRock ganz besonders vielleicht Coinbase profitieren könnte. Der eine oder andere würde jetzt sagen, naja, soll ich das wirklich mit Bitcoin spielen? Ich denke schon, das Risikoverhältnis technisch ist Bitcoin attraktiv im derzeitigen Umfeld, wenn auch charttechnisch noch nicht sauber. Wir sind unterhalb der 50-Tage-Linie, wir sind unterhalb der 200-Tage-Linie, beziehungsweise jetzt wieder leicht drüber, aber es zeichnet sich zunehmend heraus, dass wir einen Crossover der 50-Tage-Linie unter die 200-Tage-Linie zu sehen bekommen. Das könnte technisch-bierisches Signal nochmal nach sich ziehen, was nochmal Bearishness auf den Weg bringt, wenn wir jetzt kein Follow-Through sehen und diese fundamentalen News eben weiter geliefert sehen, zeitnah, sodass es zu diesem Crossover erstmal kommt. Das wäre dann nicht auszuschließen, dass Bitcoin nochmal Richtung 25, sogar Richtung 20.000 US-Dollar vielleicht verkauft wird. Aber meine Linie im Sand ist trotzdem 30.000 und ich denke mir, wenn wir drüber gehen, drüber halten können, ist Bitcoin durchaus interessant von der Long-Seite, dann ist auch der Weg in Richtung Jahreshochs nicht sonderlich weit und darüber wären dann weitere Aufschläge bis 40.000 Dollar durchaus im Bereich des Möglichen. Darüber hinausgehend, wie gesagt, eine Coinbase zum Beispiel als Aktie in diesem Bereich, das wird der eine nur dann sagen, naja, ein Bitcoin-Wallet oder das Ganze auch als CFD zu spielen, beispielsweise in Bezug eines, es ist mir zu volatil oder vielleicht auch zu kapitalintensiv, erstmal Regeln beispielsweise, Krypto-CFDs mit einem Hebel von 2 zu 1, also recht kapitalintensiv im Vergleich zu Equities oder beispielsweise auch Indizes oder auch Devisen, was man das Ganze vielleicht dann über eine Aktie spielen möchte, vielleicht auch, weil es einem ein bisschen geheurer ist in gewisser Form. Coinbase, wie gesagt, könnte da durchaus ein interessanter Kandidat sein. Zunächst einmal an der Stelle einfach die Information, wo kam diese Bewegung her? Noch ist nichts gewonnen, noch ist charttechnisch das Bild angekratzt nach diesem SpaceX-Flashout auf der Unterseite, aber die Anzeichen verdichten sich, dass eben die Wahrscheinlichkeit für ein Bitcoin-ETF zunehmen und dass die SEC hier zeitnah ein Statement geben wird, welches wir auf jeden Fall berücksichtigen sollten und was eben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es hier zu weiterer Bullishness dann in diesem Fall käme, sollte es zu solch einer positiven Ankündigung kommen. Ja, wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Das war es meinerseits für heute, morgen hören wir uns wieder, happy trading, passt auf die Stops auf, habt euch wohl, bis dann und tschüss.